Nicht mehr lange, bis der Weihnachtsmann kommt. Heute ist Nummer 19 dran. Was geht Leute und herzlich willkommen zu Santiago's Adventskalender. Mein Name ist Johannes MLZ, ich mache Videos auf YouTube, hab schon die verrücktesten Sachen dort gemacht und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Frohe, frohe Weihnachten an alle da draußen. Ich hoffe, allen geht's gut, passt auf euch auf und ich würde sagen, wir sehen uns. Frohe Weihnachten. Du kannst eine signierte Sammelkarte von Frank Schröder gewinnen.